Liebe Freunde und Freundinnen von Kirche in Not ACN, liebe Mitbeterinnen und Mitbeter, unser diesjähriger Kreuzweg wird im Vergleich zum 2020er sehr schlicht sein. Und das scheint einem Kreuzweg ja prinzipiell ganz angemessen. Schlichtheit. Mich persönlich bewegt in dieser Fasten- und Passionszeit 2021 sehr die Frage, was ist wesentlich in meinem Leben und in meinem Glauben. Und ich vermute, dass ich mit diesen Fragen nicht der Einzige bin. Die Meditation des Kreuzwegs Jesu wird mich und Sie näher an diese Fragen heranführen und in ihrer Schlichtheit werden uns die Bilder von Brady Barth dabei begleiten. Beginnen wir unsere Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Erste Station, Jesus wird zum Tod verurteilt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Aus dem Matthäus-Evangelium. Pilatus sprach zu ihnen, Was soll ich denn mit Jesus tun, den man Messias nennt? Alle riefen sie, er soll gekreuzigt werden. Aber er sprach, was hat er denn Böses getan? Da schrien sie noch lauter, er soll gekreuzigt werden. Als er aber Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der Tumult nur noch größer wurde, nahm er Wasser, wusch sich vor dem Volk die Hände und sagte, Ich bin unschuldig an diesem Blut. Seht ihr zu? Die Hände in Unschuld waschen, auch wenn der Unschuldige dadurch zum Schuldigen wird. Ein bei näherer Betrachtung erschütterndes Bild hier von Brady Barth, weil es mich als Betrachter dazu bringt, zu überlegen, was Pilatus wohl für Gedanken durch den Kopf jagen. Auch der Diener wird irgendwie zum Komplizen. Auch er kann nicht anders, so wie er Pilatus angeblich nicht anders kann. Im Kern kennen wir alle das Pilatus-Dilemma aus dem eigenen Leben. Wissen, dass man zwar legal handelt, aber nicht gut. Dass man sich weigern könnte, aber dass das persönlich sehr unbequem würde. Solche Dilemmata fangen im Konsum an und tauchen oft dort auf, wo wir Mitverantwortung übernehmen. Etwa in einem Gremium. Jesus hat sich nie verkrümmen lassen. Hat zum Beispiel den Mann mit der verdorrten Hand mitten im Schabbat-Gottesdienst geheilt. Und jeder sah, so ist Gott. Hier durfte es keinen Kompromiss geben. Auch jetzt steht Jesus aufrecht und kompromisslos vor Pilatus. Größer als er. Man kann sich an der Stelle Jesu, gerade auch weil man sein Gesicht nicht sieht, verfolgte und benachteiligte Christen vorstellen, wie sie kompromisslos zu ihrem Glauben stehen. Etwa in Indien, wo sie deswegen vor Hindu-Nationalisten nicht sicher sind. Während die Regierung, wir sind doch ein säkularer Staat, ihre Hände in Unschuld wäscht. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, indem wir beten, dein Kreuzweg mitgehen, wollen wir dir immer ähnlicher werden. Hilf uns dabei. Hilf uns bei unseren armseligen Bemühungen, aufrecht zu sein und die verlogenen Fassaden immer mehr abzubauen. Wir bitten dich ganz besonders für alle Menschen, über die geurteilt wird. Für solche, die sich einem diktatorischen Regime entgegenstellen, wo auch immer auf der Welt. Und für unsere Brüder und Schwestern im Glauben, über die wegen ihres Bekenntnisses zu dir geurteilt wird. Sei ihnen nahe. Amen. Zweite Station. Jesus nimmt das schwere Kreuz auf sich. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Aus dem Johannesevangelium. Sie übernahmen Jesus. Und er selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgotha heißt. Dass der Verurteilte den Querbalken selbst tragen musste, sollte ihn zusätzlich entwürdigen. Die Künstlerin legt den Akzent darauf, wie Jesus in der Szene handelt, indem er die Hände ausstrickt. Jesus wusste, dass es zum Tod am Kreuz keine Alternative gab. Er musste einen tiefen Sinn darin gesehen haben. Denn er sprach am Abend zuvor davon, dass sein Blut vergossen würde für viele. Und dann blieb er so lange im Garten Gethsemane, man kann sagen, er wartete, bis er verhaftet wurde. Dass Leiden bis in den Tod Sinn haben kann, das konnte man auch nach Jesu Kreuzweg immer wieder sehen. Bei den Märtyrern, die mit ihrem Leiden und Sterben gezeigt haben, dass ihr Glaube ihnen wertvoller ist als ihr Leben. Das Blut der Märtyrer ist ein Samenkorn, schrieb Tertullian im 2. Jahrhundert. Das gilt auch heute. Wo Christen verfolgt werden und trotzdem standhaft bleiben, etwa in Nigeria, dem Land mit den heutzutage zahlenmäßig meisten Märtyrern, dort lebt zugleich auch der Glaube. Dort wächst Neues aus Trauer und Verzweiflung. Dort blüht die Kirche. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, dein Leib ist ein geschundener Leib. Zu deinem Leib gehören etwa Menschen in Zentralnigeria, die von heute auf morgen obdachlos werden, weil radikal-islamische Fulani ihr Dorf überfallen. Lass nicht zu, dass unter ihnen Glaube, Hoffnung und Liebe erlöschen. Schenke ihnen Menschen, auch wenn sie räumlich weit weg sind, die an ihrer Seite stehen. Stärke auch in uns das Bewusstsein, dass wir zu deinem Leib gehören und mit anderen Christen unmittelbar verbunden sind. Amen. Dritte Station. Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Aus dem Psalm 31. Meine Glieder sind zerfallen. Vor all meinen Bedrängern wurde ich zum Spott, zum Spott sogar für meine Nachbarn. Meinen Freunden wurde ich zum Schrecken, wer mich auf der Straße sieht, der flieht vor mir. Solche und andere Klagepsalmen kann man beten, während man dieses Bild betrachtet. Psalmen der Juden, die über so viele Jahrhunderte verfolgt wurden. Es sind zugleich Psalmen, die viele Millionen Christen beten, um in ihrer Not überhaupt noch beten zu können. Wenn sie etwa in China ihre Arbeit verloren haben, weil sie sich allzu deutlich zu ihrem Glauben bekannt haben. Was auf dem Bild von Brady Barth noch grausamer wirkt als die Dornenkrone oder die schiere Last des Balkens, die Jesus zu Boden gedrückt hat, sind die beiden Lästermeuler. Für mich ist dieses Bild das Bild des einsam Leidenden. Nicht nur das Bekenntnis zu Christus kann einsam machen, sondern auch Krankheit oder materielle Not. Wer kaum noch weiß, wie er über die Runden kommen soll, gehört nicht mehr dazu. In dieser Einsamkeit ist Jesus Christus allerdings trotzdem da. Er ist dort, wo das Leben am dunkelsten ist. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, du bist den einsam Leidenden besonders nahe. Auch dann, wenn sie das gar nicht mehr spüren können, etwa, weil Depressionen sie quälen. Mach uns sensibel für solche Menschen. Seien sie in unserer Nähe, seien sie weit von uns weg. Denn du, Sohn des Menschen, bringst Menschen zusammen. Und du bringst sie zugleich an jene Quelle, die allein tröstet. Amen. Vierte Station. Jesus begegnet seiner Mutter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Aus dem Lukas-Evangelium. Und sie mir und segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Und deine Seele wird ein Schwert durchdringen. Das ist die Weissagung des Greisen Simeon im Tempel. Das traurigste Wort, das an dem wunderschönen Festdarstellung des Herrn vorgelesen wird. Hier wird es Wirklichkeit. Dieser Blick voller Schmerz, voller Liebe und ganz leicht berührt Maria den Balken. Eigentlich will sie ihren Sohn berühren, was sie nicht darf. Und Jesus blickt geradeaus. Er muss den Weg weitergehen. Aber trotzdem spürt man bei dieser Darstellung, wie er einen Moment lang hineingenommen ist in die große Liebe seiner Mutter. Einen größeren Schmerz kann eine Frau nicht haben, als wenn vor ihren Augen ihr Sohn zu Tode gequält wird. Ein Schwert durch die Seele. Pater Jesus Ruiz Molina ist Weihbischof in der Zentralafrikanischen Republik und Projektpartner von Kirche in Nord-ACN. In seiner Kreuzweg-Andach 2021 erinnert er sich an viele verschiedene Mütter, denen er begegnet ist. Die Mörder der bewaffneten Gruppen haben Mütter. Die unschuldigen Opfer haben Mütter. Jene Mütter, welche die Hauptlast aller sinnlosen Konflikte tragen. Mütter der Anti-Balaka, derer also die angebliche Hexen verfolgen, sehen, wie sich ihre Kinder von der mütterlichen Liebe entfernt haben und zu Monstern des Todes geworden sind. Muslimische Mütter sehen ohnmächtig zu, wie sich ihre Kinder radikalisieren. Mütter, die auf ihrer Flucht einige ihrer Kinder verloren haben. Jene Mütter in den Flüchtlingslagern, die unter Plastikhäuschen und Zelten die spärlichen Lebensmittel des World Food Program vermehren. Ohne Aussicht auf eine andere Zukunft für ihre Kinder. Wenn ich mit einer Frau spreche, frage ich sie in der Regel, wie viele Kinder sie hat. Drei von ihnen leben, aber vier sind gestorben. Ich hatte acht, aber nun habe ich nur noch zwei. Mütter in Afrika verlieren ein Kind nach dem anderen. Sie sterben an Unternährung, Malaria oder Durchfall. Mütter, immer wieder die Mütter. Sie, die das Leben schenkten, grübeln nun in der Stille über den Tod und den Wahnsinn des Krieges. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, auch du hattest eine Mutter, die deine Passion miterlitten hat. Danke, Herr, für so viele Mütter, denen inmitten der Schrecken des Krieges weiterhin die Augen vor Schmerz brennen, die aber das Herz voller Leben haben. Gib, Herr, so vielen Jugendlichen und Kindern, die unter den Wunden von Gewalt und Hass leiden, die Gnade der mütterlichen Liebe wieder zu begegnen. Danke, Herr, für Maria, deine Mutter und unsere Mutter. Danke, für so viele Mütter, die weiterhin mit ihrem Leben hinausschreien, dass die Liebe stärker ist als der Tod. Amen. Fünfte Station Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Aus dem Markus-Evangelium. Sie zwangen einen vorübergehenden Namen Simon von Cyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und Rufus ihm das Kreuz zu tragen. Simon kommt vom Feld. Vielleicht hat er noch schnell geschaut, wie die Gerste oder der Flach stehen. Vielleicht auch kommt er vom Gräberfeld, weil er sich dort, wie viele Juden bis heute, ein Grab gekauft hat. Aber nun würde bald das Pessachfest beginnen. Vorfreude steigt in ihm auf, und da stößt ihm plötzlich ein Römer mit der stumpfen Seite seiner Lanze an und zwingt ihn, diesen Querbalken zu tragen. Was sollten die anderen Leute von ihm denken? Ob sie ihn jetzt auch für einen Verbrecher halten? Wut steigt in ihm auf. Und auch erschauert es ihn. Es geht eindeutig um eine Kreuzigung. Simon hilft, zunächst widerwillig, doch irgendwann blickt er Jesus an. Seine Söhne Alexander und Rufus sind erwähnt, denn die kennt man als Hörer des Markus-Evangeliums. Zumindest Rufus und dessen Mutter sind später wichtige Stützen der Gemeinde in Rom, wie man im Römerbrief erfährt. Der Blickwechsel zwischen Simon und Jesus hat eine ganze Familie verändert. Mitten im Kreuzweg versteckt, man kann es nicht anders sagen, eine große Bekehrungsgeschichte. Auch heutige Bekehrungsgeschichten haben fast immer den Blick auf den leidenden Christus als Auslöser. Auch bei uns in der Schweiz. Meist nicht die triumphierende Kirche oder deren Überreste, sondern die Begegnung mit Christus mitten im Leid der Menschen. Das überzeugt und kann ein Leben verändern. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, auch wenn ich mich bereits Christ nenne, so muss ich mir trotzdem immer wieder die Frage stellen, folge ich dir wirklich nach? Lass mich nicht abgehoben dahin leben, sondern wirklich leben. Schenke mir, wie Simon, einen besonderen Moment dir zu begegnen. in Gestalt eines Menschen mitten im Leiden. Amen. Sechste Station Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Aus dem zweiten Teil des Jesaja-Buches Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch, seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen. Er hatte keine schöne und edle Gestalt, sodass wir ihn anschauen mochten. Das sind Worte des vierten Liedes vom Gottesknecht, eine rätselhafte Gestalt, die da in diesem im babylonischen Exil mitten in der großen Katastrophe des Judentums geschriebenen Text auftaucht. Viele Juden beziehen den Gottesknecht auf ihr Volk und viele Christen beziehen ihn auf Jesus. Auf dem Bild von Bradibard ist der Entstellte, den man nicht anschauen will, nicht zu sehen. auch nicht sein Abbild. Aber Veronika scheint ihn anzublicken, mit Schmerz in der Seele, aber furchtlos und voller Liebe. Wie das Abbild, das Jesus im nächsten Moment in das Tuch drücken wird, aussehen wird, bleibt offen. In jedem und jeder Leidenden begegnet uns nämlich das Antlitz Christi. Was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, sagt der Menschensohn beim Weltgericht. Ungewöhnlich sind die beiden Männer im Hintergrund. Soll der eine Judas darstellen? Und warum lässt Bradibard sie gerade hier auftauchen und nicht zum Beispiel bei Simon von Zirene oder Maria? Vor dem Hintergrund dieser beiden Männer beeindruckt uns Veronikas Furchtlosigkeit noch mehr. Hilfe für den Geringsten ist nicht immer ungefährlich. Und zugleich sind die Männer so etwas wie die Antithese zu, was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt. Also auch wenn ihr jemanden beschimpft oder zu Ungunsten von jemandem ein dreckiges Geschäft macht, vergesst nicht, dass es Christus selbst ist, falls es einer eurer geringsten Brüder und Schwestern ist. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, in dein Gesicht blicken wir, wenn wir Hungernde, Frierende, Kranker oder Einsame sehen. Lass uns das nie vergessen. Mach uns zu Menschen, die dein Angesicht suchen, mitten im ganz normalen Leben. Und segne alle, die auch dann Mitleid haben, wenn es bedrohlich und gefährlich wird. Amen. Siebte Station Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Nochmals aus dem vierten Gottes Knechtslied. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzen ihn nicht. Inmitten der Verachtung, der Jesus auf seinem gesamten Kreuzweg ausgesetzt ist, setzt Brady Bart hier einen überraschenden Akzent. Nicht die Lästermäuler, wie bei Jesu ersten Fall unter dem Kreuz, zeigt sie hier, auch nicht den brutalen Soldaten, der Jesus das Kreuz übergibt, sondern hier ist ein anderer zu sehen. Sein Gesicht ist weich, fast mitleidig. Und er scheint Jesus zu helfen, den Balken wieder aufzuheben. Trotz dieser Feinheiten, er ist Soldat, spielt mit, bekommt als Henkersknecht sein Sollt. Er wusste, bevor er Soldat wurde, dass eine Kreuzigung auch vorkommen kann, wenn er Dienst hat. Eine Figur nicht einfach gut oder böse, sondern irgendwo dazwischen, wie jeder sogenannte normale Mensch. Was soll er auch sonst tun an diesem schrecklichen Tag, an dem er seinen Dienst tun muss? Dann nimmt ein anderer seine Stelle ein, dann muss dieser verurteilte Jude noch mehr leiden. Lasset uns beten, Herr Jesus Christus, dort, wo Menschen leiden, stehen meist auch andere Menschen in schweren Gewissensentscheidungen. Etwa wenn es um Kritik an den Mächtigen oder um Stillschweigen geht, um unschuldige Opfer möglichst zu schonen. Wenn es darum geht, wie sehr Kirche politisch sein muss und wie sehr sie sich aus Politik heraushalten muss, du, der du alle Nöte des Menschen kennst, sei du mit deinem Geist auch Menschen in schweren Gewissensentscheidungen nahe. Auch uns selbst, wenn wir in solchen Situationen sind, als schuldbeladene Menschen, inmitten einer schuldbeladenen, grausamen, komplizierten Welt. Amen. Achte Station, Jesus begegnet den weinenden Frauen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Aus dem Lukas Evangelium. Es folgte ihm eine große Menge des Volkes, darunter auch Frauen, die um ihn klagten und weinten. Jesus wandte sich zu ihnen um und sagte, Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, weint vielmehr über euch und eure Kinder, denn siehe, es werden Tage kommen, da man sagen wird, selig die Unfruchtbaren und der Schoß, der nicht geboren und die Brüste, die nicht genährt haben. Dann wird man anfangen zu den Bergen zu sagen, fallt über uns und den Hügeln bedeckt uns. Zum ersten Mal auf den Kreuzweg-Bildern von Bradibard sehen wir, wie Jesus einen Menschen ganz direkt und intensiv anblickt. Anders noch, als es bei der Begegnung mit seiner eigenen Mutter der Fall war. Genau bei diesen Worten, die so absolut trostlos sind, wie sonst nichts, was Jesus in den vier Evangelien sagt. Das muss man sich klar machen. Dass der Soldat aus der siebten Station das Kreuz mitträgt, dass das Kind so aufmerksam und offen und unschuldig Jesus anblickt, zunächst sind das ja trostreiche Elemente. Aber was Jesus sagt, ist so abgründig, so schrecklich. Und dieser Schrecken spiegelt sich auch im Gesicht der Kreuzwegstation eine der schwersten überhaupt ist. Als Konkretisation der düsteren Worte Jesu kann das Zeugnis von Pater Jesus Ruiz Molina verstanden werden. Als wollte jemand das Leben herausreißen oder die gemeinsame Seele in ihrer Tiefe verwunden, so grausam sind unsere afrikanischen Kriege geworden. Ziel, die Frau zu zerstören, sie zu schänden. Frauen klagen und weinen, Frauen, die unter der menschlichen Ehrlosigkeit leiden, der tödlichen Waffe in jedem Krieg in Afrika. Frauen und Mädchen werden vergewaltigt, um den Feind zu vernichten. Vergewaltigung von Müttern und Jugendlichen, Zerreißen von Körpern, die Leben schenkten, Beschmutzung mit dem Tod. Frauen sind zur Zielscheibe der Brutalität von bewaffneten Männern ohne Erbarmen geworden. Lasset uns beten, Herr Jesus Christus, auch dieses abgrundtief Schlimme, das nicht nur in Afrika geschieht, bringen wir in dieser Kreuzweg Andacht vor dich. Denn bei deinem Kreuzweg hast du all der Gewalt, die über Frauen, Kinder und Jugendliche kommen wird, ins Auge geblickt. Und in deinen Worten lag dieses eine Mal keinerlei Trost. Nur eines mag ein Funkentrost in sich tragen, dass dein Horizont nicht auf das eigene Leiden beschränkt war, sondern dass du diese Frauen, Jugendlichen und Kinder in diesem Moment in den Blick genommen hast. Wir Gebet hinhalten dürfen, voller Entsetzen, voller Ratlosigkeit und doch trotz allem voller Vertrauen. Amen. Neunte Station, Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Aus dem Matthäus Evangelium und er ging ein Stück weiter, warf sich auf sein Gesicht und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, geh dieser Kelch an mir vorüber, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Bradibard setzt mit diesem Bild wieder einen ganz eigenen Akzent. Dank dem Soldaten drückt der Balken Jesus gar nicht nieder. Physisch stellt die Künstlerin den dritten Sturz unter dem Kreuz als viel leichter als den Zweiten. Es ist noch immer der ansatzhaft mitfühlende Soldat der letzten beiden Stationen und wahrlich voller Mitleid schaut er Jesus auch an. Und trotzdem denke ich gibt es für Bradibard eine Steigerung von der siebten zur neunten Station und zwar wegen der Körperhaltung Jesu. Ich verbinde mit ihr am ehesten das verzweifelte Beten. Daher auch die Bibelstelle aus dem Garten Gethsemane. Mehr als durch einen schweren Balken wird Jesus aus seinem Leidensweg durch nicht sichtbare Realitäten zu Boden gedrückt. Zu Jesu Verurteilung hat er ja letztlich geführt, dass er stets seinem Innersten seiner Beziehung zum Vater gefolgt war. Etwa als er im Tempel protestierte ihr habt das Haus meines Vaters zu einer Räubehöhle gemacht. Dass sie auf ihr Gewissen hören und aus ihrem Glauben heraus handeln und dafür verurteilt werden, das verbindet weltweit viele Menschen mit Jesus. Ein besonders krasses Beispiel dafür sind Christen in Nordkorea, für die es etwa das Todesurteil bedeutet, wenn jemand merkt, dass sie eine Bibel besitzen. Ich stelle mir bei diesem Bild vor, dass Jesus geistig all die in seinen Leidensweg hineinnimmt, denen die Glaubens- und Gewissensfreiheit genommen wird. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir Menschen sind nach echter Freiheit. Frei dürfen wir fragen, suchen, unsere Hände zu unserem Vater im Himmel ausstrecken. Freiheit ist unsere besondere Würde. An vielen Orten wird den Menschen aber Gewissens- und Religionsfreiheit genommen oder eingeschränkt. Stärke sie, sei ihnen nahe und stärke alle, die für Gewissens- und Religionsfreiheit einstehen. Amen. Zehnte Station, Jesus wird seiner Kleider beraubt. Wir beten dich an, Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Aus dem Lukas-Evangelium. Als sich seine Kleider verteilten, warfen sie das los. Und das Volk stand da und schaute zu. Totale Erniedrigung erfährt Jesus auch dadurch, dass sein Körper schutzlos den fremden Blicken freigegeben wird. Und voller Gier sind die Blicke der Soldaten, die Jesus hier diesen letzten Schutz nehmen. In dieser Szene erinnert Jesu Leid an das Leid derer, die sexuell missbraucht wurden und werden. In den privaten vier Wänden, in Bildungseinrichtungen, im Sport und nicht zuletzt auch in der Kirche, besonders durch Priester. Das Leid der Opfer und die Verhinderung solcher Taten in der Zukunft bewegen und erschüttern die Kirche. Ein schmerzhafter und dringend nötiger Prozess. Als Glieder dieser Kirche betrifft dieser Prozess alle Gläubigen. Unsere Liebe zur Kirche, in der solche Verbrechen geschehen konnten, ist herausgefordert. Und unser Gebet ist besonders wichtig. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, stärke alle Opfer sexuellen Missbrauchs, damit sie Mut finden, von ihrem Leid zu sprechen. Lass sie Menschen finden, denen sie sich anvertrauen können. Heile ihre tiefen seelischen Verletzungen. Bestärke die Verantwortlichen in der Kirche, in ihrem Bestreben, sexuellen Missbrauch ein Ende zu bereiten. Hilf ihnen auch, Strukturen zu beseitigen, die Missbrauch begünstigen. Bewahre die Gläubigen davor, ihrer Kirche frustriert den Rücken zu kehren, sondern erfülle ihre Gemeinschaften mit Heiligem Geist, damit diese schreckliche Krise zum Ausgangspunkt von neuem kirchlichen Leben werden kann. Amen. Elfte Station, Jesus wird an das Kreuz genagelt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Aus dem Lukas-Evangelium. Sie kamen an den Ort, der Schädelhöhe heißt. Dort kreuzigten sie ihn und die Verbrecher, den einen rechts von ihm, den anderen links. Jesus aber betete, Vater, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nochmals andere Soldaten auf dem Bild von Pradibard. Widerlich das zynische Lachen aus Gesichtern, denen jegliche Menschlichkeit verloren gegangen ist. Das Schicksal Geschundener und Verfolgter hat eine Gegenseite, die entmenschlichten Täter. Ob bei den Kriegen in Afrika, aktuell etwa in Äthiopien, oder ob die die christliche Konvertiten im Iran im Namen des Staates auspeitschen, wie kann ein Mensch doch ganz bewusst, welche unmittelbare Nähe zum Vater im Himmel muss das gewesen sein, bezieht Jesus die Täter auf seinem Leidensweg mit ein. Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Seit Jesus muss man Menschen, die ihr Opfer entmenschlichen, nicht zwangsläufig auch entmenschlichen. Wenn einer dich zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm, hatte Jesus ja ihre Waffen zu tragen. Vielleicht hat Jesus das mit der zweiten Meile aus der Weisheit herausgesagt, dass man allmählich mit dem Römer ins Gespräch kommt, dabei spüren kann, dass auch er ein normaler Mensch ist. Seit Jesus ist Menschen, die Leid erfahren, so ein nochmals anderer Zugang zu ihren Peinigern offen. Auch wenn in einer schrecklichen Szene, wie wir sie hier sehen, wohl kaum jemand aus tiefster Seele selbst so zu beten vermag wie Jesus. Lasst uns beten, Herr Jesus Christus, in unserer Welt herrscht so viel Hass, dass an deiner Feindesliebe kein Weg mehr vorbeiführt. So schwer es zunächst auch sein mag, für Menschen, die mich unmenschlich behandeln, zu beten, ja sie überhaupt als Menschen zu behandeln. Doch ich will es versuchen. Und wenn es beim besten Willen nicht geht, dann tritt du beim Vater für sie ein. Amen. Zwölfte Station Jesus stirbt am Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Aus dem Johannesevangelium. Danach, da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte. Mich dürstet. Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm voll Essig auf einen Isop-Zweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Jesu Mutter und Jesu Lieblingsjünger, das wird auf diesem Bild sehr deutlich, nehmen vom Moment des Todes Jesu etwas Kostbares mit. Maria scheint es in ihrem Herzen zu bewahren, wie es so schön bereits in der Weihnachtsgeschichte hieß, und zwischen Johanneshänden scheint etwas Unsichtbares, Zartes sich zu entfalten, wie ein Samenkorn, er scheint darüber nachzudenken, aber es nicht fassen zu können. Maria und Johannes, zu denen Jesus zuvor gesagt hatte, das ist dein Sohn beziehungsweise das ist deine Mutter. Ganz oft ist der Tod eines Menschen Beginn von etwas Neuem. Was für die schlichte Biologie mit grausamer Selbstverständlichkeit gilt, das gilt auch für Beziehungen zwischen Menschen, die zurückblieben und für deren Lebensgeschichten. Das hat etwas Schönes Versöhnliches an sich. Doch ganz bewusst sollten wir uns im Angesicht des Kreuzes auch an das schiere Gegenteil erinnern. Der Tod kann das größte Ärgernis sein. Wenn Menschen nie leben konnten, von Kindesbeinen an Sklaven ähnlich arbeiten mussten, etwa in einem Bergwerk im Kongo, so gut wie nie im Leben satt wurden und mit 45 oder 50 an einer Lungenkrankheit sterben, unspektakulär wie tausend andere. Wenn Menschen nie wirklich Mensch sein konnten, solche oder ähnliche Lebensläufe gibt es in Südamerika auch oder in Indien. Theologisch kann man noch lange davon sprechen, dass jeder Mensch seine Würde hat, aber man verstummt, wenn man verstanden hat, dass ein Mensch sie in Wirklichkeit nie erhalten hat. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, weil du das Leiden bis zum Endpunkt dem Tod durchlitten hast, stehst du, so glauben wir, an der Seite aller Sterbenden. An der Seite derer, die friedlich entschlafen dürfen und an der Seite derer, die zu Tode gequält werden. An der Seite derer, die ein erfülltes Leben hatten und an der Seite derer, die ein Leben lang ausgebeutet worden. Hilf uns, wenn wir uns einsetzen für die Würde von Lebenden und Sterbenden. Sei an unserer Seite bis zum Moment unseres Todes. Amen. 13. Station Jesus wird in den Schoß seiner Mutter gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Nochmals aus dem vierten Gottesknechtslied. Nachdem er vieles ertrug, erblickte er das Licht. Er sättigt sich an Erkenntnis. Mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht. Er lädt ihre Schuld auf sich. Deshalb gebe ich ihm Anteil unter den Großen und mit Mächtigen teilte er die Beute, weil er sein Leben dem Tod preisgab und sich unter die Abtrünnigen rechnen ließ. Er hob die Sünden der vielen auf und trat für die Abtrünnigen ein. Auf diesem Bild gibt es noch mehr als Maria und den Leichnam Jesu, nämlich, wenn man dem Blick von Maria folgt, so etwas wie Hoffnung. Den schrecklichsten Moment in Marias Leben, den Leichnam ihres eigenen Sohnes soll sie noch ein letztes Mal im Arm halten, diesen Moment stellt Bradibard so dar, überraschend, weil Gott überrascht, immer wieder. Christliche Hoffnung darf nie über die Realität des Leides hinweg höchsten, denn christliche Hoffnung ist kostbar und darf darum nie zu etwas billigen werden. Aber die Hoffnung in Marias Blick wirkt alles andere als billig. Sie wirkt nicht einfach wie Optimismus. Nein, es scheint ein Strahl des unendlich liebenden, unfassbaren Gottes in diese Szene hineinfallen zu können. Auf der Ebene des Konkreten hilft es Maria vielleicht auch, dass sie nun Johannes als Sohn hat. nicht im Sinne von Ersatz, sondern als intensive Gemeinschaft zweier zertiefst trauernder Menschen. Da kann so etwas wie Hoffnung aufkeimen. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, es gibt bestimmte Orte und bestimmte Momente, wo etwas von der Ewigkeit Gottes durchscheint. Was unmittelbar nach deinem Tod geschah, lässt in uns Hoffnung aufkeimen. Führe die, die an dich glauben, immer wieder zusammen, damit sie zu kleinen Gemeinschaften der Hoffnung werden. Erbaue aus solchen Hoffnungsgemeinschaften deine Kirche, damit frische Kraft sie durchdringt und sie zu neuem Glauben und zu neuer Liebe fähig wird. Amen. 14. Station Jesus wird ins Grab gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Aus dem Johannes-Evangelium Josef aus Arimathea war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden nur im Verborgenen. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen und Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab. Es kam auch Nicodemus, der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte. Er brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloha, etwa 100 Pfund. Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, zusammen mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten und in dem Garten war ein neues Grab, in dem noch nie jemand bestattet worden war. Wegen des Rüsttages der Juden und weil das Grab in der Nähe lag, setzten sie Jesus dort bei. Dass Nicodemus hier keinen Heiligenschein hat, ist mit Blick auf den offiziellen Heiligenkalender zwar korrekt, aber sieht freilich etwas seltsam aus. Obwohl, das macht diese Szene zugleich auch nahbarer. Nicodemus, ein Ratsherr der Juden, der einst in der Nacht zu Jesus gekommen war und zu ihm gesagt hatte, wir wissen, dass du als Lehrer von Gott gekommen bist und der sich später erfolglos bei den anderen Ratsherren dagegen ausgesprochen hat, Jesus zu verurteilen. Ein fragender, spirituell suchender Mensch, kein Superheld freilich, der seine ganze Machtposition für Jesus aufs Spiel gesetzt hätte. Aber hier ist gerade er es, der dem Toten Jesus besonders nahe ist, verkörpert gerade er am meisten Zärtlichkeit, ja schmiegt er sich geradezu an Jesu Heiligenschein an. Fast schon fragend, blickt Josef von Arimathea ihn an. Auch der war übrigens kein Superheld, hielt aus Angst geheim, dass er ein Jünger Jesu war. Doch Nicodemus bemerkt schreckloses Blick gar nicht. Er ist ganz bei Jesus. Vielleicht bereut er, dass er Jesus nicht mit all seinen Möglichkeiten vor dem Todesurteil zu retten versucht hat. Vielleicht erkennt er aber auch tiefer, dass Jesus all das erleiden musste, im großen Plan der Liebe Gottes zu den Menschen. Das jedenfalls scheint Maria zu spüren. In ihrem Gesicht ist wieder etwas zu erahnen vom Blick tiefer hinein beziehungsweise vom Blick darüber hinaus. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, wir wollen am Ende des Kreuzweges darüber hinaus blicken. Hinaus über deinen Tod. Darauf, was Maria Magdalena und andere Jüngerinnen und Jünger gesehen und bis heute weitergetragen haben, dass du lebst. Wir dürfen von Gott alles erwarten. Für unser Leben, für unsere Welt, für unsere Kirche. Sei du mitten in unserer Erwartung, damit wir nicht zu wenig erwarten, uns nicht mit Halbheiten zufrieden geben, damit dein Leidensweg zum Heil führt, für uns, für unsere Welt und für unsere Kirche. Amen. 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 Amen.